Hallo meine Lieben, na alles gut bei euch? So, ich hatte vor ein paar Videos angekündigt, dass ich aussortieren möchte und ganz, ganz viele von euch haben mir in den Kommentaren geschrieben, ah, Mutti, kannst du uns da nicht mitnehmen? So, ja, kann ich machen. Wie ihr seht, wir befinden uns im Badezimmer. Hinter diesen beiden Türen ist das große Chaos, wobei ich sagen muss, es ist nicht mehr sehr, sehr viel, da ich jetzt in den letzten Wochen, Monaten immer mal so ein bisschen aussortiert habe und das Ganze an meine Nichten weitergegeben habe. Ja, so, warum möchte ich aussortieren? Es sind einfach Produkte von Firmen, die nicht tierversuchsfrei sind und, ja, unterstützen tue ich das Ganze damit nicht mehr, dass ich es natürlich nicht nachkaufe, ist klar, aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, es sind jetzt einfach Produkte dabei, die ich geliebt habe, die ich sehr, sehr lange geliebt habe, aber einfach dieses Wissen, ja, dass da Tierversuche involviert sind, macht mir keinen Spaß mehr, diese Produkte zu verwenden und gibt mir hin und wieder sogar einen Ekel. Können viele nachvollziehen, manche vielleicht auch nicht, aber man muss ja nicht alles verstehen, ne, das ist meine Entscheidung. Natürlich würde ich jetzt diese Produkte niemals wegschmeißen, weil entweder habe ich dafür Geld bezahlt oder es gibt Menschen, die mir die Dinge geschenkt haben, die also ihre Zeit geopfert haben, die ihr Geld ausgegeben haben und, ja, es hat für mich jetzt, oder es hat jetzt eine Weile gedauert, bis ich ein Shelter gefunden habe, ein Obdachlosenheim, die Produkte annehmen. Viele machen das nämlich nicht mehr, aus dem ganz einfachen Grund, man weiß nicht, was in den Produkten drin ist, ja, es könnte, ich könnte da irgendwas reingeleert haben, ja, und dann eine allergische Reaktion oder, also auch mit Essen ist es mittlerweile so, dass wenn man da gewisse Shelters anruft, dass die die Produkte nicht mehr nehmen oder das Essen nicht mehr nehmen. Ich habe jetzt auf jeden Fall ein Obdachlosenheim gefunden und ein Frauenhaus gefunden und die Produkte, die ich jetzt aussortiere, die werde ich dann nachher auch abgeben. Ich habe jetzt nachher noch einen ganz, ganz wichtigen Arzttermin. Ich bekomme heute endlich meine Resultate von meinem CT-Scan. Weiß ich gar nicht, ob ich euch überhaupt erzählt habe, dass bei mir ein CT-Scan gemacht wurde. Heute bekomme ich auf jeden Fall die Ergebnisse und, ja, entweder vorher oder nachher werde ich bei diesen Shelters und Frauenhaus vorbeifahren und werde dann die Sachen abgeben, weil ich muss hier drin Platz schaffen für meine ganzen Bath & Body Works Sachen, ne. Ihr wisst es, ihr habt das mitbekommen, auch wenn ich das Video noch nicht abgedreht habe. Mutti war einkaufen. Mutti war ein bisschen Jobben, mehrere Male und ich habe jetzt einen eigenen Bath & Body Works zu Hause. Problem ist nur, dass das noch alles in den Tüten ist und hier muss jetzt Platz gemacht werden. So, ich habe hier also eine Box und da werde ich jetzt die ganzen Sachen reinmachen. Ich habe auch mein Handy hier wegen meiner App. Die schreibe ich euch hier unten nochmal hin, weil zwischendurch immer mal wieder die Frage kommt, Mutti, wie heißt die App denn, die du verwendest? Die heißt Cruelty Cutter, ja. Schreibe ich euch hier hin, könnt ihr euch runterladen. Funktioniert für mich sehr, sehr gut. Und bei den Produkten, bei denen ich mir nicht sicher bin, werde ich einfach das Handy herholen und dann können wir zusammen scannen. Und die Produkte, die dann nicht Cruelty Free sind, die kommen weg. So, also jetzt machen wir hier mal die große Magic auf. Tada! Ja, also hier unten sind meine Handtücher, wie ihr sehen könnt. Und viele werden jetzt wahrscheinlich die Hände über den Kopf zusammenschlagen und werden sagen, Gott, wie kann man so viel Scheiß zu Hause haben? Da muss ich euch dazu sagen, es war mal sechsmal so schlimm. Soll ich euch ein bisschen hochrollen, jetzt weiß ich. So, also das war komplett voll. Hier war komplett voll. Hier unten habe ich ja noch Aufbewahrungscontainer. Die waren auch voll bis oben hin. Also ich habe in den letzten Monaten wirklich radikal aussortiert. Und jetzt geht es an die Kirsche von der Spitze. An die Kirsche von der Spitze? Also jetzt geht es an die Spitze vom Eisberg. So, jetzt haben wir es. Allahopp, meine Lieben, womit fangen wir denn an? Hier drüben, ich weiß nicht, ob ihr das erkennen könnt. Wartet mal, ich gehe mal hier rüber. Da stehen schon ein paar Bath & Body Works Sachen. Das sind nämlich die Produkte von meinem Mann. Also auch mein Mann ist jetzt ein großer Bath & Body Works Fan. Und das sind jetzt natürlich Sachen, die werde ich nicht aussortieren. Da drüben, hier seht ihr noch einen. Ich meine, ich habe noch einen in irgendeiner Geschenkebox. Rituals. Rituals ist tierversuchsfrei, meine Lieben. Und das hier ist meine aller, 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 allerliebste Reihe. Rituals of Karma. Mein Duschschaum, den werde ich natürlich behalten. Und dann würde ich sagen, fangen wir jetzt einfach mal hier mit den Nivea-Duschgelen an. Und dazu hole ich euch jetzt mal ein bisschen ran. Ich hoffe, das funktioniert so, wie ich mir das vorstelle. Wartet mal. So, ich habe euch jetzt mal ein bisschen näher ran geholt, Schätzleins. Ich denke, das geht so. Für alle die, die jetzt denken, sag mal, habe ich heute einen Knick in der Optik? Ist dem Mutti ein bisschen schief? Naja, also so ganz straight bin ich ja nie. Aber nein, ihr steht bei mir in der Badewanne. Ne, dann müsst ihr jetzt durch, meine Lieben. Wie gesagt, wir fangen mit den Nivea-Duschgelen an. Da habe ich diese Reihe mit Tonerde. Drei Stück. Also einmal blauer Agave- und Lavendelduft. Hibiskus und weißer Salbei-Duft. Und einmal Ingwer- und Basilikum-Duft. Ich hatte von allen Backups. Wie ihr seht, es sind keine mehr da, weil wie gesagt, ich habe sie schon abgegeben. Es sind Produkte, die ich wirklich sehr, sehr geliebt habe. Vom Duft her, von der Reinigung. Aber jetzt ist es einfach wirklich so, wenn ich unter der Dusche stehe und reinige mir damit meinen Alabasterkörper, dann gehen mir einfach ganz, ganz schlimme Bilder durch den Kopf. Und ja, ich habe die auch von Mama geschenkt bekommen. Und ich weiß, Mama wird mir da nicht böse sein, wenn ich die jetzt einfach an Menschen gebe, die nicht so viel Geld haben, die da vielleicht auch keinen Wert drauf legen, ja, was Cruelty-Free angeht. Das ist ja jedem seine Sache und muss jeder für sich selbst entscheiden. Muss jeder für sich selbst entscheiden. Ich entscheide für mich jetzt aber, dass diese drei wegkommen. Die sind auch noch zugeklebt. Die sind voll bis oben hin. Und die mache ich jetzt hier in meine Box rein. Dann kommen wir zu einer Firma, Far Cream & Oil. Ich weiß nicht, wie oft ich euch diese Duschgel, also dieses spezifische Duschgel, so jetzt haben wir es, in die Kamera gehalten habe. Ich liebe, liebe diesen Duft. Aber ich muss euch ganz ehrlich sagen, meine Lieben, ich habe keine Ahnung, ob das Cruelty-Free ist. Okay, und da steht jetzt Product Not Found. Das ist jetzt also eure Aufgabe für heute, mir bitte in die Kommentare zu schreiben, ob Far Cruelty-Free ist. Ich liebe dieses Duschgel. Ich werde es hier behalten, bis ihr mir sagt, Sandra, das ist nicht tierversuchsfrei. Dann werde ich das Ganze aussortieren. Jetzt werde ich es aber noch hier behalten und würde mich sehr, sehr freuen, wenn diese Reihe Cruelty-Free ist. Aus dem ganz einfachen Grund, weil, ja, das ist so ein schönes, schönes Duschgel ist. So ein toller Duft. So cremig, so parfümig, so warm und kuschelig und ich finde den klasse. Ich bin jetzt relativ nah an euch. Kann das sein? Ihr könnt mir wahrscheinlich hier, muss der Mutti mal Nasenhaare schneiden oder so. Nein, also das behalte ich jetzt mal. So, dann haben wir ein Duschgel von Balea. Das muss ich nicht scannen, denn Balea ist tierversuchsfrei. Und das ist Aftersun. Ein ganz, ganz toller Sommerduft. Der einfach nach Sonnencreme, Schwimmbad, Sonne, Pommes mit Mayo riecht. Ich liebe diesen Duft. Ganz, ganz klasse. Freue ich mich, dass ich das behalten kann. Dann geht es jetzt weiter mit Dorf. Und in den letzten Tagen habe ich ganz, ganz viele Nachrichten von euch über Instagram erhalten mit Screenshots. Das Dorf jetzt offiziell das Tier versuchsfrei Siegel bekommen hat. Ja, somit werde ich also diese Dorf Duschgele behalten. Ich mag Dorf sehr, sehr gerne. Finde die sehr schäumend, sehr pflegend. Also bin ich froh, dass Dorf diesen Schritt gemacht hat. So, dann geht es weiter mit Nivea. Muss ich nichts mehr zu sagen. Die werden aussortiert. Splashy Ocean, Meeresmineralien und Ozean frischer Duft. Limited Edition. Oh ja. Sehr, sehr schöner, frischer, sauberer Duft. Würde mir wahrscheinlich vom Duft her sehr, sehr gut gefallen. Und dann hier einfach Original Nivea Duft. Ja, aus der blauen Dose. Huh, Bläschen. Ich liebe den Duft. Oh mein Gott. Und was habe ich dieses Duschgel geliebt? Weil man einfach schon nach dem Duschen wie so ein eingecremtes Gefühl auf der Haut hatte. Also es war wirklich sehr, sehr pflegend. Mag ich sehr gerne. Aber auch diese zwei kommen jetzt weg. Dann habe ich von Nivea ein Intim Duschgel. Auch das kommt weg. Da muss ich jetzt mal ganz ehrlich fragen. Wir sind ja hier unter uns, Jessalines. Also für eure Cookie Area. Ich komme mal ein bisschen näher ran, dass ihr sie nicht damit bekommt. Verwendet ihr wirklich Intim Waschgel oder verwendet ihr da Duschgel? Also ich verwende da Duschgel. Ich habe noch nie Pilz oder was gehabt. Aber ich werde ja auch nicht jünger, ne? Könnt ihr mir gerne mal schreiben. Intim Waschgedöns. Yes or no. Kneipp. Cremedusche. Kurzurlaub. Kokosmilch. Monoiöl. Ich meine, dass Kneipp good to go ist. Wo ist der Barcode? Das Produkt ist cruelty free. Wunderbar. So, dann habe ich hier noch ein Duschgel. Das ist noch von letztem Jahr. Semi-Annual Sale von Bath & Body Works. Sparkling Nights. Das ist sogar noch zu. Das habe ich noch gar nicht verwendet. Aber Bath & Body Works steht überall ganz groß drauf. Not tested on animals. Deswegen werde ich das behalten. Dann geht es weiter mit Palmolive. Leute. Leute. Mit einem. Eins der schönsten Duschgele. Was ich in 34 Jahren verwendet habe. Wie oft ich euch das in die Kamera gehalten habe. Ich weiß es nicht. Ich liebe, liebe, liebe den Duft von Feuchtigkeitsmilch. Feuchtigkeitsmilch und Olive. Und es hat einfach so was Sauberes. Die Palmolive-Duschgele, die schäumen, die pflegen die Haut. Ich habe nach dem Duschen nie das Gefühl gehabt, mich sofort eincremen zu müssen, weil meine Haut nicht gespannt hat. Aber Palmolive ist nicht cruelty free. Um sicher zu gehen, können wir das Ganze nochmal testen. Aber auch ihr habt mir alle in die Kommentare geschrieben. Not cruelty free. Also kommt es leider weg. So, und dann mit eines der schönsten Nivea-Düfte ist Sun Welcome Shine, weil das einfach original nach Sonnencreme riecht. Ganz, ganz toller Duft für den Sommer, wenn man gerade vom Schwimmbad kam. Wenn man selbst noch so ein bisschen wie so gebranntes Hähnchen riecht, weil man den ganzen Tag in der Sonne gelegen ist. Es holt wirklich schön die Sonnencreme-Reste runter, wobei ich das eigentlich von jedem Duschstil erwarte. Also bei aller Liebe. Aber es war wirklich ein ganz, ganz toller, toller Duft. Kommt weg. Nivea Creme Peeling. Wie lange habe ich das gelebt? Wie toll fand ich dieses Peeling? Mittlerweile muss ich aber auch ganz ehrlich sagen, der Duft ist weiterhin fantastisch. Ja, brauchen wir nicht drüber diskutieren. Ein wunderschöner, sauberer, cremiger Duft mit so einem leichten Nivea-Touch. Das ist für mich aber auch kein Peeling mehr, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich mag wirklich diese sehr, sehr groben Peelinge, wo ich das Gefühl habe, ich schrubbel mir jetzt so die ersten drei Hautschichten runter. Dass alles wieder ganz weich und soft ist, so ein bisschen wie Babyhaut. Und das habe ich hier nicht. Ja, also so oder so, es wäre jetzt kein Produkt mehr gewesen, was ich jetzt favorisiere. Nivea kommt weg. So, guckt euch das an, meine Lieben. Ganz so viel ist es gar nicht mehr. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben Duschgele von dem Bath & Body Works. Das machen wir in einem anderen Video. Auf jeden Fall mache ich mir hier schön Platz, weil ich hier nämlich ein Bath & Body Works Regal machen möchte. Gut, dann geht es weiter mit Balea Kräuterbad Eukalyptus Entspannen und Befreien mit Eukalyptus Öl. Und das habe ich mir, ich meine es selbst in Deutschland gekauft. Oh, ja, das ist einfach wie Guaporub Eukalyptus. Ich liebe diese Düfte momentan. Hm, wann ich das letzte Mal baden war, weiß ich nicht. Aber das behalte ich mir auf jeden Fall mal auf. Im Fall, wenn ich mal irgendwann wieder... Also an dem Dram zum Baden liegt es nicht. Es liegt an der Zeit. Und dann, wenn man Zeit hätte, dann springt man doch in die Dusche, weil dann geht es schneller. Aber ganz, ganz tolles Produkt, wenn ihr so auf diese Nasenfreipuster-Düfte steht. Hm, sehr, sehr lecker. Gut, ja, dann kommen wir jetzt zu Produkten. Ihr könnt euch daran erinnern, meine Lieben. Ich habe letztes Jahr zu meinem Geburtstag ganz viele Beauty-Gutscheine geschenkt bekommen. Von Sephora, von Ulta und, und, und. Wie lange mache ich jetzt diese Cruelty-Free-Sache? Sagen wir mal vier Monate. Vier, fünf Monate. Ich scheiße euch nicht an, wenn ich euch jetzt erzähle, dass ungefähr zehn Tage, ja, bevor dieses ganze Szenario für mich angefangen hat, ich mich dazu entschlossen habe, mit meiner Nichte einkaufen zu gehen und doch mal ein paar meiner Gutscheine auf den Kopf zu hauen. Und ich dachte, ich investiere in gute Hautpflege, ne, weil, wie gesagt, Mutti ist nicht mehr das frischeste Brot im Regal. Und ich dachte mir, komm Sandra, gibst du mal ein bisschen mehr aus. Und deswegen seht ihr hier diese Vichy-Reihe. So, jetzt hat das Ganze ja angefangen, dass ich eben umdenke, ja, dass ich Produkte nicht mehr verwenden möchte. Ja. Und da ist Vichy auch dabei. Ähm, das sind, ich weiß gar nicht, ich glaube, zwei oder drei Produkte habe ich verwendet. Wir können gerne mal gucken, also ich habe hier von Vichy die Double Glow Peel Mask, äh, apply for five minutes and then rinse off. Das Ding ist noch zu, ja. Habe ich nicht verwendet, ist noch brandneu. Äh, weiß ich nicht, was ich damit machen soll, ob die Mädels im Frauenhaus da was mit anfangen können. Ich kann es gerne mal in die Box mit reinlegen. Hm, auf jeden Fall, ne, Vichy ist nicht cruelty free, können wir aber gerne nochmal checken, weil es auch zu irgendeiner Marke mit dazugehört. Ja. Product is not cruelty free. Also ich habe hier, wie gesagt, einmal diese, äh, Double Glow Peel Mask. Dann habe ich die Lift Active Supreme Anti-Wrinkle and Firming Care Long Lasting Anti-Aging Effect Cream. Da ist alles mit drin. Dann habe ich mir, äh, die Augencreme passend aus dieser Reihe geholt. Mit 15 Milliliter, die Creme hat 50 Milliliter, die Maske hat 75 Milliliter. Und dann habe ich, weil ich mich nicht lumpen lassen wollte, ne, ich wollte ja richtig Feuchtigkeit und so, habe ich mir auch noch das Serum dazu gekauft. Also, diese Angelegenheit hier war alles andere als günstig, kann ich euch sagen. Ähm, und daran könnt ihr eben sehen, ich gebe nicht nur Sachen weiter, die mir geschenkt wurden, ja. Das ist mein eigenes Geld, was ich hier auch ausgegeben habe. Aber ich stehe einfach nicht mehr dahinter, weil ich mir, weil ich mir einfach denke, wir sind im Jahre 2020, da muss Kosmetik und Hygieneprodukte müssen nicht mehr an Tieren getestet werden. Es kommt weg. Das könnte mir eine Haut machen, straffen bis hinter die Ohren, ja. Ich würde es einfach nicht mehr mit gutem Gewissen und mit Freude verwenden. Also brauche ich es auch nicht. So, ja, dann haben wir, oh, ich bin so froh, Balea Augen Make-Up Entferner. Ich liebe dieses Teil weiterhin. Seit sechs Jahren habe ich diesen YouTube-Kanal, glaube ich. Seit sechs Jahren erzähle ich euch, dass es mein aller, 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 allerliebster Augen Make-Up Entferner ist. Und es ist auch weiterhin der Fall. Ich finde den ganz, ganz klasse. Da brennt bei mir nichts. Es nimmt wirklich meine Schichten von Mascara runter und ich habe ja wirklich immer einiges auf den Augen, also was Mascara angeht. Ich habe keinen Ölfilm auf der Haut, obwohl der ölhaltig ist. Kommt mit 100 Millilitern. Da steht sogar vegan drauf. Wunderbar. Kann ich also weiterhin nur empfehlen. Ja, und dann haben wir von Nivea Wasserfest Augen Make-Up Entferner. Das hatte ich ja gerade erst in einem Schätzalines Paket. Ich hoffe, die Maus ist mir nicht böse, aber ja, werde ich nicht verwenden. So, da kommen die nächsten drei Produkte, die entsorgt werden. Nivea Glow Magic Mousse Reinigungsschaum. Das war für mich ein Produkt, da habe ich diesen Hype drum nicht verstanden. Man hat ja eine Weile nichts mehr anderes auf YouTube gesehen, wie diese Glow-Reihe von Nivea. Ja, habe mich auch sehr, sehr gefreut, dass mir Zuschauer oder auch meine Familie die Produkte zugeschickt haben, sodass ich es verwenden kann. Aber das war jetzt für mich nichts, wo ich sage, das brauche ich unbedingt nochmal, weil es ist ein Reinigungsschaum. Ja, da erwarte ich einfach von, dass es mir mein Make-Up runternimmt, dass meine Haut hinterher sauber ist. Und nö, also das war nicht der Fall. Gebe ich weiter. Ja, dann ein Produkt, da schwöre ich seit Jahren drauf. Das ist die Nivea Creme Pflege Waschcreme. Reinigt gründlich und pflegt ideal vor dem Schlafen gegen Pflegestoffe der Nivea Creme. Genau. Also hier, das ist wirklich eine Creme, mit der man sich das Make-Up runternimmt. Man hat ein absolut gepflegtes Hautgefühl. Es hat alles von meinem Gesicht runtergeholt, ohne irgendwelche Reste, ohne Brennen. Und wenn ich mir dann das Gesicht gewaschen habe, habe ich wirklich das Gefühl gehabt, meine Haut wäre schon eingecremt. So reichhaltig und Feuchtigkeitsspendend war das Ganze. Und der Brulla, es hat einfach original nach der blauen Nivea Creme gerochen. Kommt weg. Zwei Stück. So, dann habe ich hier ein paar Haarprodukte. Schwarzkopf. Schwarzkopf ist nicht cruelty free, ne? Ich meine. Nein, ist es nicht. Das ist auf jeden Fall Gut-to-Be-Schutzengel-Hitzeschutz-Lotion bis zu 220 Grad. Gloss und Finish. Kommt weg. Goul. Das habe ich auch schon Ewigkeiten bei mir stehen. Habe ich, glaube ich, noch nie verwendet. Feuchtigkeitsaufbau, Sprühkur, Rot, kommt also auch weg. Tukuma und Öl. Spendet sofort schwere, lose Feuchtigkeit für seidig glänzende Geschmeidigkeit und perfekte Kennbarkeit mit Hitzeschutz. So, dann habe ich hier noch ein kleines bisschen von dem Moroccan Oil. Keine Angaben zu dem Produkt. Also das werde ich mal noch draußen lassen. Das werde ich dann nachher für mich selber googeln. Wenn es rot ist, kommt es natürlich weg. So, Haarprodukte habe ich übrigens hier unten. Mache ich dann gleich hier rüber. Stellen wir jetzt mal da hin. Balea Wasser Aqua Spray. Warum das hier drin ist, das weiß auch nur der Fuchs, weil das gehört eigentlich zu mir in meinen Schminkschrank. Ist natürlich cruelty free, weil Balea. Dann haben wir Gliscour. Da bin ich mir auch zu 95% sicher. Rot. Sehr, sehr, sehr schade, denn diese Gliscour Leave-In Conditioner, die fand ich immer sehr, sehr schön. Sehr angenehm. Gut, mit meiner kurzen Frise hier brauche ich jetzt natürlich nicht solche Leave-In Conditioner. Ich habe hier einmal Ultimate Oil Elixir. Das war, glaube ich, irgendwas mit Kokosnuss. Ganz, ganz toller Duft. Und dann hier die Million Gloss Express Repair Spülung. Auch sehr, sehr schöner, angenehmer Duft. Kommt beides weg. Garnier brauche ich nicht googeln. Sanfte Hafermilch. Ich liebe diesen Duft. Habe ich gesagt, muss ich nicht googeln? Nee, googeln tun wir das nicht. Wir tun das Cruelty-Cuttern. Aber einfach der Vollständigkeit halber, es ist rot und kommt somit weg. Dann habe ich hier L'Oreal Revitalift Laser x3 Anti-Age Glykolpads, Antifalten, Ebenmäßigkeit Hautton. Und auch diese Teile kommen weg. L'Oreal ganz vorne mit dabei. So, dann habe ich hier von Diaderma mein überalles geliebtes Karottenöl. Ohne dieses Zeug kann ich nicht mehr. Cruelty-Free. Wunderbar. Da habe ich noch, also zwei in der Verpackung, noch eins ohne Verpackung und eins habe ich gerade in Verwendung. Dann habe ich dreimal mein Rosenwasser. Da habt ihr alle geschrieben, ähm, good to go. Bin ich sehr froh drüber, denn ich liebe mein Rosenwasser und kann da auch gar nicht mehr ohne. Dann habe ich hier eine Creme, die habe ich mir letztes Jahr bei dem Bath & Body Works Haul mitgenommen, weil die 75% im Angebot war. Ähm, keine Angaben zu dem Produkt. Okay, muss ich nachher auch nochmal für mich schauen. Habe ich jetzt aber auch noch nie groß verwendet. Also selbst wenn da jetzt, äh, dort stehen würde, nein, nicht Cruelty-Free. Mir würde es jetzt nicht wehtun. So, äh, hier habe ich dann nochmal eine, uh, eine Box von Rituals. Das ist die Rituals of Sakura. Da habe ich noch so ein ganzes Set, worüber ich mich noch sehr freue. Noch. Worüber ich mich sehr freue. Da habe ich auch mehrere Sets von gehabt, aber ich habe schon viel aufgebraucht. Oder habe eben auch das ein oder andere verschenkt, weil man kann nur, man kann nur duschen, Leute. Ne? So, dann geht es hier weiter mit meinen Body Lotions. Da habe ich Bath & Body Works, Bath & Body Works. Die stelle ich jetzt mal hier oben hin. Äh, dann habe ich darf und darf. Das haben wir ja gerade schon geklärt. Dann habe ich hier ein absolutes Highlight, ein neues Produkt, was ich für mich, äh, gefunden habe. Und zwar von Walmart. Ist das aus der Bodycology-Reihe Pink Vanilla Wish Body Cream. Oh mein Gott! Leute, das riecht nach Blumen, nach Vanille, süß, sexy. Oh, ich liebe, liebe diesen Duft. Äh, ist cruelty-free, natürlich. Ich habe auch das Body Spray dazu. Sehr, sehr reichhaltig, die Creme. Der Duft hält wahnsinnig lange auf der Haut. Ähm, ich möchte mir auch noch das Duschgel dazu holen. Das war aber ausverkauft. Man könnte jetzt meinen, oh ja, Walmart ist jetzt bestimmt keine gute Qualität oder so. Nein, überhaupt nicht. Das ist eine richtig reichhaltige Creme, die zwar schön, äh, schnell einzieht. Leute, der Duft. Und können wir uns bitte über die Aufmachung unterhalten? Sieht schick aus. Ne? Pink Vanilla Wish. Und da gibt es auch noch mehrere von. Da ich jetzt einen eigenen Bath & Body Works zu Hause habe, werde ich jetzt erstmal langsam machen. Aber da ist auch gar nicht mehr so viel drin, falls ihr das erkennen könnt. Weil ich die sehr, sehr oft verwende. Und, ähm, ja, dann werde ich mir, also die werde ich mir auf jeden Fall nachkaufen, wenn die dann irgendwann leer ist. Und dann werde ich mir auch mal die anderen Reihen anschauen. Es gibt noch irgendwas mit Kokos und Hibiskus und weißer Moorschuss, glaube ich. ganz, ganz, ganz toll. Also, wenn ihr in die Staaten reist, äh, wenn ihr jetzt nicht gerade bei Bath & Body Works einkauft, dann guckt mal bei Walmart, ja? Also, das ist wirklich eine ganz, ganz tolle Reihe. So, dann, oh mein Gott, Nivea Sancho, Sancho mit, äh, Vanille. Was? Was liebe ich diesen Duft. Der ist so schön. Nivea, reißt euch mal am Kittel hier. Da muss doch nichts an irgendwas getestet werden. Das ist so eine schöne Creme. Ist noch fast voll. Kommt weg. Ja, Bath & Body Works, Sparkling Nights, Snowy Morning ist bei beiden nicht mehr ganz so viel drin. Die habe ich momentan in Verwendung, finde ich, ganz, ganz großes Kino. Ich liebe den Duft. Und Leute, ich muss euch ganz ehrlich sagen, die sind vom Duft her so intensiv, dass man da manchmal gar keinen Parfum mehr braucht. Man geht duschen, man kommt raus, man cremt sich damit ein, man zieht die Kleider sofort an, dann nehmen die Kleider den Duft an. Und man riecht den ganzen Tag toll. Also, und alleine von der Verpackung her, guckt mal, da ist Glitzer mit drauf. Super. Genau. Lancaster, da weiß ich auch nicht. Ist Lancaster cruelty free? Da kann man den Barcode schon gar nicht mehr lesen, das macht aber nichts, weil ich hier noch ein Produkt von Lancaster habe. Was übrigens noch komplett voll ist, lässt sich nicht scannen, meine Lieben, aus was für einem Grund auch immer. Weil sie da den Zettel über den eigentlichen Barcode gemacht haben. Ja, also auch das sind zwei Produkte, die stelle ich jetzt mal hier oben hin. Also, ich habe da einmal Sunbeauty Fast Tan Optimizer Satin Sheen Oil mit Lichtschutzfaktor 30, habe ich mir 2019 von meinem Gutschein geholt. Ich meine es sogar hier mit dieser Vichy-Reihe, die ich euch vorhin gezeigt habe, noch nicht einmal verwendet. Und dann mein über alles geliebter Lancaster Tan Maximizer. Ja, also wenn ihr da, keine Ahnung, im Sommer schön gebräunt seid, das ist kein Selbstbräuner. Der hält eure natürliche Bräune einfach nur länger und intensiviert das Ganze auch noch und macht wirklich so eine richtig schöne goldene Bräune. Also, es würde mir, oh, dieser Duft, es würde mir wahnsinnig leid tun, diese Produkte, was heißt leid tun? Es würde mir wehtun, ja. Aber man muss ja auch immer sehen, was dahinter ist und dann tut es einem nicht mehr ganz so weh. Aber das Produkt ist einfach sensationell. Ich bin mir aber zu 99% sicher, dass es nicht cruelty-free ist. Ich werde es nachher definitiv googeln und dann werde ich es euch hier unten wahrscheinlich auch hinschreiben. Also bei allen Produkten, wo ich euch jetzt keine Info-Face-to-Face geben konnte, sodass ihr da einfach Bescheid wisst. Und ihr könnt mir aber glauben, in dem Moment, wie ich dann weiß, es ist nicht grün, wird es aussortiert. Dann habe ich, oh, ich liebe diese Creme, Garnier Body Oil Beauty Pflegende Milch mit Ölen. So ein schöner, nussiger Duft, der einen ganz, ganz tollen Glanz auf die Haut zaubert. Ja, die Haut, die sieht so gesund und ja, frisch aus. Also ich liebe diese Creme, gerade wenn ich trockene Hautstellen habe, wie Schienbeine oder hier oben habe ich auch manchmal so ein bisschen trockene Haut. Die Creme ist fantastisch. Ganz, ganz, ganz klasse. Der Duft. Ich muss nochmal dran riechen. Ja, hat so ein bisschen was von Kaschmir und Nussig und schön und ist Garnier und kommt deshalb weg. So, dann vor Ewigkeiten von einem Schätzlein mal zugeschickt bekommen, diese Creme. Fellfelsche Azura hört sich sehr italienisch an. Das ist eine Marke, die habe ich überhaupt nicht gekannt. Und keine Angaben zu dem Produkt. Okay. Es ist ein sehr, sehr würziger, orientalischer Duft. Sehr schwer. Auch so ein bisschen seifig. Also das ist ein sehr, sehr interessanter, außergewöhnlicher Duft. Und dann kommt auch noch so was Pudriges. Ich denke nicht, dass das ein Duft für jedermann oder jeder Frau ist. Aber ich mag ihn eigentlich sehr, sehr gerne. Ich habe jetzt keine Angaben. Habe mich, oder habe es gerade, wartet mal, da hängt was am Finger. Habe ich ja gerade eben schon gesagt, werde ich für mich googeln. Schreibe ich euch hin. Ich fände es schade. Weil ich mag den Duft. Hm. So. Das kommt hier her. Und dann habe ich noch von Benecos Natural Care Winter Dream. Da gehe ich jetzt mal ganz stark davon aus, dass das cruelty free ist. Weil das... Ja. Ist grün. Wunderbar. So. So. Das kommt dazu hier wieder rein. Das kommt hier rein. Das kommt hier rein. Zack. Zack. Und zack. Dann haben wir also die drei Produkte hier. Die muss ich nachher für mich rausschauen. Das hier noch. Mein Harböl. Das stelle ich jetzt auch mal hier oben hin. Dann habe ich ein absolutes Schätzchen für mich gefunden. Und zwar San Tropez Self Tan Express. Das ist ein Schaum. Und dieser Schaum, der ist ganz, ganz dunkel. Und mit einem Handschuh, den ich mir auch dazu gekauft habe, trägt man sich diesen Schaum auf die Haut auf. Und dann, je nachdem, wie intensiv man die Bräune haben möchte, lässt man es ein bis drei Stunden einwirken. Geht dann duschen. Und dann hat man eine streifenfreie Bräune. Schätze nein. So was habe ich noch nicht erlebt. Ich hoffe sehr, wirklich sehr, dass das cruelty free ist. Weil, nicht cruelty free, sehr schade. Habe ich sehr, sehr geliebt dieses Produkt. Fand ich nämlich total einfach von der Anwendung. Ja, weil durch das, dass der Schaum so dunkel ist, hat man wirklich genau gesehen, wo man schon war. Es hat keinen widerlichen, typischen Selbstbräuner-Duft, den ich einfach überhaupt nicht mag. Man riecht immer so wie verbranntes Hähnchen mit einer abgelaufenen Marinade. Ja, und das hatte man hier überhaupt nicht. Das ist natürlich auch sehr, sehr ärgerlich, weil ich glaube, ich habe es erst drei oder vier Mal verwendet. Das Ding ist noch voll. Ja, kommt aber auch weg. Gut, das machen wir dann hier rein. Ich hole mal die Schubladen raus. Dann geht es weiter mit Glisskur. Da habe ich einmal ein Shampoo und die Spülung dazu. Repariert, sonnenstrapaziertes Haar. Das ist diese gold-orange Verpackung. Super, super schöner, angenehmer Duft. Ich liebe die Glisskur-Düfte. Ich liebe die Glisskur-Shampoos und Conditioner. Kommt weg. Dann, Nivea, habe ich noch eine Pflegespülung. Das ist die Reparatur und gezielte Pflege. Das ist wirklich eine ganz, ganz tolle Spülung, die meine Haare repariert hat nicht. Ich glaube einfach nicht, dass eine Spülung kaputte Haare reparieren kann. Die Haarmädels unter euch, die Expertinnen, die können mich da gerne aufklären. Ich in meiner logischen Nicht-Welt kann es mir nicht erklären, aber meine Haare, die haben wirklich, sie haben sich schön angefühlt, gesund angefühlt, sie haben toll ausgesehen. Ich konnte sie super stylen. Kommt weg. So, dann, ganz großes Schätzchen. Garnier, wahre Schätze, das ist diese Haferreihe. Das ist aber diese, was bist du, Feuchtigkeitsspende, Tiefenpflege. Genau. Da habe ich sogar schon mal ein Pöttchen leer gemacht. Oh, der riecht einfach so schön. Man riecht wirklich diese Milch und die Hafer und das Cremige und so und so. Was habe ich denn da eigentlich in meinen Haaren? Was ist das denn? Ach so, mein Haarklemmerchen, ich habe gerade gedacht. Sehr, sehr, sehr lecker. Kommt weg. So, und dann habe ich hier noch von Langhaarmädchen ein Shampoo, Silberblond. Ja gut, also das bin ich ja jetzt nicht mehr, aber wir schauen. Oh, ist grün. Na wunderbar. Dann behalten wir es mal hier, im Fall, wenn die Mutti mal wieder irgendwelche Ferts im Kopf bekommt und meint, sie muss sich jetzt die Haare blond färben. So, also dann kommt das hier rein. Dann habe ich ganz viele Masken von Garnier Wahre Schätze. Garnier Wahre Schätze. Gull, Million Gloss, Soforthilfe. Kommt alles weg. Balea Professional Aftersun Intensivkur. Die werde ich mal behalten. Wahre Schätze. Balea Silberglanz, Farbkorrektorkreme. Ah, muss ich ja fast wieder blond werden hier. Pantheen Pro Vie. Meine ich auch, dass diese Firma wahrscheinlich rot sein wird. Ja. Schmeiß fort. Garnier Fructis und Wonder Mask. Kommt auch weg. Äh, dann was haben wir hier. Balea Feuchtigkeitsaufbaukur. Pfirsich und Kokos. Behalten wir. Und dann nochmal Aftersun Intensivkur. Und hier habe ich dann nochmal ein paar von Garnier. Und die weggeschmissene Pantheen Pro Vie. Das kommt also auch hier rein. Und somit ist die Box leer. Okay. Dann habe ich in der nächsten Box nochmal Nivea Sensual. Äh, das war die mit der sinnlichen Vanille. Kommt weg. Dann habe ich eine Body Lotion von meinem geliebten Parfum von Armani. See. Da brauche ich nicht googeln. Oder äh, appeln. Das weiß ich einfach. Und somit ist diese Box auch leer. Also wie ihr seht, ganz so viel habe ich gar nicht mehr. Das hier ist übrigens eine Box von meinem Mann. Die muss er dann selbst aussortieren, wenn er wieder da ist. Das geht mich nichts an. Er ist jetzt natürlich auch auf dem Trichter. Aber es kann sein, dass da irgendwie was drin ist, wo er sagt, nee, das will ich noch aufbrauchen. Oder das muss er dann für sich entscheiden. So, dann geht es weiter mit der Balea Fußhornhaut Entferner Socken Gedöns. Da habe ich zwei Stück. Die werde ich verhalten. Dann habe ich von Balea noch einen Lippenpflege-Peeling-Kokos. Den finde ich klasse. Da habe ich gerade einen in Verwendung. Dann habe ich von Kiko einen Kiss-Bomb. Den habe ich auch schon Ewigkeiten. Oh! Grün! Okay, Kiko Melano. Also die scheinen hier versuchtsfrei zu sein. Was war das denn jetzt für eine Bestimmung Tierversuchsfreiheit? Cruelty-free! Ne? Das hat ja letztens mal ein Schätzlein von euch geschrieben. Wir könnten da ein Trinkspiel draus machen. Jedes Mal, wenn ich cruelty-free sage, müsst ihr einen trinken. Und dann gucken wir mal, wie viel Atü ihr habt, wenn ich dann mit dem Video fertig bin. Ne, das machen wir natürlich nicht. Außer es ist Wasser oder hier, Maracuja-Saft oder so, ne? Ja, was haben wir dann noch? Von Don't Odent Black Shine eine Zahnpasta. Das kennen wir auch. Grün. Freut mich, weil ich mag diese Zahnpasta sehr, sehr gerne. So, dann sind wir mit der Schublade auch durch. Und dann haben wir jetzt noch eine Schublade. Die ist voll. Kleinen Moment. So, da ist auch nochmal richtig viel drin. Das ist, glaube ich, alles Gesichtspflege. Ja, fangen wir einfach mal mit den Sachen an, wo wir wissen. Kommt weg. Nivea, feuchtigkeitsspendende Tagespflege. Hildegard Brauckmann, Augencreme Exquisite. Keine Angaben zu dem Produkt. Könnt ihr gerne in die Kommentare schreiben oder ich schaue nachher eben selbst. Das ist auf jeden Fall dieses Pöttchen hier. Kommt hier oben hin. Dann habe ich von Nivea Aqua Effect Make-up Basis. Die wurde ja auch hoch und runter gehypt. Und kann ich nicht verstehen, weil ich habe nicht das Gefühl gehabt, dass meine Haut gepflegt wurde. Ja, wenn ich mein Make-up aufgetragen habe, hatte ich auch ganz oft diese Würstchen im Gesicht. Kommt weg. Balea Aqua Feuchtigkeitscreme Gel. Die lieben wir. Mein Mann und ich auch. Balea Ture Perfection Wimpern Serum. Da habe ich noch zwei. Die behalte ich. Dann habe ich von Reval de Loop Hydro Booster abschwellende Augenkonturpads. Das ist ja eine Marke von Rossmann und ist grün. So, dann Balea Hautverfeinern mit Clear Upstrips. Die kann man auch immer verwenden. Dann habe ich von... Was ist das denn? Physio irgendwas. Kann das sein? Philosophy. Philosophy ein Peeling. Da habe ich aber kein Barcode. Kann ich euch nichts zu sagen. Da habe ich so ein ganzes Set, glaube ich, von. Weil da habe ich nämlich noch so ein Waschgel dazu. Da haben wir von Nivea intensive Pflege. Zieht schnell ein. Hier in diesem Pöttchen. Kommt auch weg. Dann habe ich von Reval de Loop Zell Intense Intensiv Serum. Das finde ich sehr gut. Da habe ich, glaube ich, sogar schon zwei Flaschen von aufgebraucht. Mag ich sehr, sehr gerne. Das kommt hier oben hin. So, dann habe ich von Balea noch... ...Augencreme Urea. Vermindert Trockenheitsfältchen. Sehr trockene Haut mit 5% Urea. Die mag ich auch sehr, sehr gerne. Von Nivea Sun. Mattierender Sonnenschutz. 0% fettiges Hautgefühl. Lichtschutzfaktor 50. Kommt weg. Von Balea. Aqua Feuchtigkeit Serum. Mag ich auch sehr gerne. Wird behalten. Hildegard Braugmann. Emosi. Augencreme Gel. Stelle ich hier oben dazu. Dann habe ich von Balea Reinigungsstick. Milde und gründliche Reinigung. Erfrischender Matcha-Tee-Duft. Habe ich auch schon Ewigkeiten bei mir in der Sammlung. Habe ich noch nie verwendet. Bleibt. Von Bior Backpulver. Puder Peeling mit Backpulver. Rot. Kommt also weg. Da habe ich noch mal was von diesem Philosophy. Das ist Hyaluron Activation Gel. Irgendwas. Kommt hier mit dazu. Von Bior. Kommt weg. Und nochmal von Bior. Aktivkohle. Kommt auch weg. Und dann habe ich hier von Isana Young. No Strips. Das wird behalten. Und Balea No Strips. Und Balea Soft. Und Pickle Patches. Pickle. Pickle. Wie die Gurke. Pickle Patches. Genau. So. Und dann. Was habe ich hier noch? Paula's Choice. Mhm. Das habe ich letztes Jahr, glaube ich, wie ich da bei Sephora und Alter war, als Goodie dazu bekommen. Und das ist grün. Wunderbar. Das ist so ein kleines Set mit Cleanser, Exfoliant und Moisturizer. Werde ich also auch behalten. So. Und dann habe ich hier jetzt. Huch. Jetzt fliegt das Ding gleich runter. So. Und dann können wir. Da sind auch noch ein paar Haare drin. Sehr lecker. Die Sachen wieder einräumen. Das ist ein richtig befreiendes Gefühl, Leute. Das könnt ihr mir jetzt glauben oder nicht. Erstens so viel Zeug loszuwerden, was man dann nicht mehr zu Hause hat. Und zweitens nicht mehr Produkte verwenden zu müssen, wo andere für gelitten haben. Ja. Guckt euch das mal an. Das Ding war vorhin voll bis oben hin. Das ist alles, was ich noch habe. So. Meine Lieben, das war's. Wir sind mit allem durch. Es ist natürlich im Vergleich zu dem, was andere zu Hause haben, immer noch sehr, sehr viel. Gerade wenn ich dann meinen Haul für euch abgedreht habe und stelle das dann hier oben alles hin. Aber wenn wir jetzt mal ganz ehrlich sind, wenn ich jetzt hier die ganzen Sachen wegräume, dann ist das gar nicht mehr viel. Da habe ich jetzt richtig Übersicht. Es ist leer. Es ist sauber. So, und diese komplette Box, die voll ist bis oben hin, werde ich dann nachher also mitnehmen. Und vielleicht freut sich ja die ein oder andere darüber. Ich denke schon. Das sind einfach Personen, die haben nicht das Geld. Und die machen sich über das ein oder andere, wie gesagt, keine Gedanken. Die sind einfach nur froh, wenn sie dann was haben. Und dann ist es ja auch in Ordnung. So, meine Lieben, das war's. Ich hoffe, das Video hat euch ein bisschen gefallen. Mich würde es jetzt interessieren, hat es irgendjemanden motiviert, mal durch seine Schränke durchzugehen, zu sagen, oh, ich hab zu viel oder das sind Produkte, die möchte ich einfach nicht mehr verwenden. Schreibt mir das mal gerne in die Kommentare. Ich wollte den Mädels, weil ich weiß, es gibt mittlerweile sehr, sehr viele Schätzleins, die ihr Leben auch so ein bisschen umdenken und viel umwandeln. Euch wollte ich einfach nochmal sagen, Thumbs up. Ja, ich finde, ihr macht es super. Aber auch wenn es kleine Schritte sind, wenn es vielleicht noch nicht ganz so viele Schritte sind, lasst euch nicht demotivieren von Menschen, die das alles super toll machen und die für sich denken, dass sie in ihrem Leben alles richtig machen. Keiner macht immer alles richtig. Und ich kann mich immer nur wiederholen, wenn wir alle ganz viele kleine Schritte machen, wenn man sich das im Großen anschaut, ja, dann können wir da wirklich ganz, ganz viel mit bewegen. Ich finde, dass man im Jahre 2020 keine Kosmetik- oder Hygieneprodukte mehr braucht, die an Tieren getestet wurden. Wenn ihr jetzt sagt, ja, ich hab aber noch so viel und ich möchte es auch brauchen, dann ist es absolut in Ordnung. Auch wenn ihr sagt, boah, nee, ich esse kein Fleisch mehr und dafür esse ich aber noch Käse. Leute, lasst euch das halt nicht runterziehen. Wenn das für euch Schritte sind, dann ist es in Ordnung, ja. Dann sind es auch gute Schritte. Was ich mache, das ist meine Sache, wie ich etwas mache. Ich mach das hier auch nicht für irgendwelche Klicks oder sonst irgendetwas. Ihr hattet mir geschrieben, dass ihr gerne sehen möchtet, wenn ich aussortiere. Das habe ich gemacht. Das hätte ich jetzt aber für mich alleine auch gemacht, ja. Die Tatsache, dass ich euch jetzt erzähle, dass diese Sachen in ein Frauenhaus oder in ein Charter gehen, das sage ich einfach nur, weil die Frage gekommen wäre, Ja, Sandra, was machst du mit den Sachen? Ich schmeiße nichts weg. Wenn die nachher im Frauenhaus oder im Charter sagen, oh, das können wir nicht nehmen, das wollen wir nicht nehmen und es bleiben Sachen übrig, dann werde ich wieder zu meinen Nichten gehen, ja, und zu der Frau von dem Bruder meines Mannes, werde die fragen, ob die davon etwas möchten und wenn dann immer noch was übrig bleibt, werde ich auch in mein Geschäft gehen. Da habe ich ganz, ganz viele Mädels, junge Mädels, die sich vielleicht über das eine oder andere freuen. So, weggeschmissen wird bei mir auf jeden Fall nichts. Und ich finde es auf jeden Fall super, dass ganz viele von euch auch, ja, Schritte für sich machen und sollte euch niemand anderes sagen, dass ihr das toll macht und dass das super ist, dann sage ich euch das, weil ich finde es klasse und, ja, ich bin jetzt wirklich befreit. Es tut jetzt richtig gut, diese große Box mitzunehmen. Wie gesagt, bei den Sachen werde ich jetzt mal noch schauen und dann habe ich hier wieder Luft und Platz und jetzt nicht, um alles vollzustellen, nein, sondern einfach, ja, um diesen neuen Schritt oder diesen Lebenswandel, den ich jetzt für mich entschlossen habe, ähm, zu vollziehen. Macht das Sinn, ja? Weil wenn man immer noch ein paar Sachen hier und da hat, äh, das war für mich einfach, ich bin jemand all or nothing. Also ich bin da wirklich sehr, sehr strict, was manche Sachen angeht und ich ziehe das dann auch komplett durch. Und einfach, dass ich jetzt noch so viele Produkte hier hatte, die, ja, von Marken, die ich einfach nicht mehr unterstützen möchte, habe ich für mich innerlich immer das Gefühl gehabt, ich mache das nur nicht richtig. Ich mache das nur nicht zu meiner Zufriedenheit, ja? Nicht, was andere denken, zu meiner Zufriedenheit. Gut, das Video ist lange genug. Ich muss mich jetzt auch fertig machen. Ich habe jetzt meinen Arzttermin. Und dann verabschiede ich mich an dieser Stelle, schicke euch einen dicken Knutscher. Hoffe, wie gesagt, das Video hat euch gefallen. Wünsche euch einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Je nachdem, wann ihr das Video seht. Bleibt mir gesund, passt auf euch auf, macht's gut und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video. Ciao!